Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde SPLAG Wie das letzte Mal angekündigt in der Heiden Siegrunde gibt es jetzt eine Runde SPLAG Die Alternative zu SPLEAF ist im Prinzip genau das gleiche oder fast das gleiche mit unterschiedlichen Maps Und hier kann es natürlich ziemlich laggy werden weil hier viele Leute nah beieinander sind Oh hier ist SPLAGGER STEVE Aber wir können uns noch nicht leisten wir haben 920 Tokens Übrigens Server ist immer in der Videobeschreibung drin wenn ich sowas mache Dann bin ich mal gespannt ob das hier funktioniert Hier sind noch gar nicht so viele Leute drin Möglicherweise überspringe ich das Ganze dann wenn es zu lange dauert So hier haben wir wieder die Regeln Und das sind die üblichen Dinge Andere acceptieren, nicht hacken, nicht Glitchs usen Also, äh, ja genau, äh, keine Glitchs verwenden No egging of real houses, okay, mein Englisch ist echt schlecht Keine Ahnung, was heißt irgendetwas mit, nicht etwas mit echten Häusern, wie auch immer Be nice im Chat, das sollte klar sein Und die Regeln Äh, Team im SPLAG, habe ich gesehen, gerade hat hier jemand geschrieben Ist irgendwie ein wenig, naja Ich weiss nicht Allgemein Teamen ist nicht so Die Bohne, es sei denn man nimmt zusammen aus Dann wäre das was Aber ich denke mal, das werde ich alleine bestreiten Auch wenn ich den ersten Platz sowieso vergessen kann Da ich in diesem Spiel nicht Der Beste bin, ich habe es zwar schon auf dritten und zweiten Platz geschafft Aber der erste ist zum Teil echt schwer Okay, in zwei Minuten startet es spätestens Und hier kann man ein wenig die Jump'n'Rolls Jump'n'Rolls Kills testen Was natürlich bei mir sehr gut funktioniert, wie ihr seht Aber wir müssen jetzt eine Runde ausharren Bis wir in die Runde selbst rein können Sonst gibt es hier einen kurzen Schnitt Bis die Runde startet Und dann sehen wir uns dann wieder So, hier wären wir wieder Und die Runde beginnt hier auf der Pokémon Map Die ich selbst auch ausgewählt habe Stimmt das überhaupt, was ich hier erzähle? Jep Hier auf dem grossen Pokéball Und das Ganze kann beginnen mit etwas Lag Ich bin mal gespannt Oh, oh, oh Es laggt übelst Oder bin ich einfach nur zu dumm? Ich weiss nicht Vielleicht Okay, der ist unten Oh, lagg aufs Übelste Weg dort Äh, ja voll Ich kann irgendwie aus keinem Grund nicht abbauen Was etwas seltsam ist Weil es so übertrieben lag Shoot to collect Warum kann ich hier nicht abbauen? Das ist irgendwie ein wenig seltsam Ach, bin ich dumm? Okay, Leute Nee Ist nicht wie es blieb Man muss hier schiessen und nicht wegraben Ach, du Scheiße Na gut, dann muss ich hier gleich noch eine Runde wieder hinten ran Aber ich werde hier auf jeden Fall etwas taktischer vorgehen Von wegen es laggt so übelst Das geht eigentlich Hoffnung, die Aufnahme wird es auch Ich sollte nicht so oft am Rand stehen Das ist sehr dumm Weil hier in der Mitte kann man noch auf eine andere Plattform Ich hoffe es ist jetzt nicht zu laut Bezüglich des Blitzens und Stuff Attacken Bam, bam, bam Bam, 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 bam Okay Weiter geht's Oh, Kggauss Nein Ja, toll Okay, das wars Wir sehen uns In der nächsten Runde So, willkommen zurück Die nächste Runde hat zwar noch nicht begonnen Aber das wollte ich hier euch noch zeigen Den Schriftzug hier Welcome to Splek. Splek is a game that tests your parkour skills in a never changing arena. Also Splek ist ein Spiel, das deine Parkourfähigkeit in einer immer wechselnden Arena hier herausfordert. Ja, ich kann sehr gut übersetzen. Hier kann man übrigens noch für eine Map voten oder abstimmen. Ich würde mal sagen, keine Ahnung was Cell ist. Ich probiere es mal aus, so viele Maps kenne ich hier noch nicht. Ach, verdammt. Ähm, Cell ist Nummer 1, also voten wir für 1 und die Map hat gerade mal ein, äh, vote. Nicht sehr schön. Aber wie auch immer, hier steht es auch schön für mich nochmal rechtsklicken auf die Splek-Kanone, also die Splek-Kanone, um Eier zu feuern und Splek zu zerstören. Der Letzte, der stehen bleibt, hat gewonnen. Also der Letzte, der üblich bleibt, nicht der Letzte, der stehen bleibt, weil das wäre irgendwie ein wenig bescheuert. Aber man weiss ja nie. Ich glaube, ich mache selbst mal ein Minigame auf dem Server. Und dann könnte man ja solch eine Regel einfügen und mal schauen, ob die das checken. Okay, was? Okay, meine Map hat gewonnen, weil ich scheinbar der Einzige war, der gevotet hat. Okay, hier wären wir. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier habe ich eigentlich relativ lange überlebt, dazumals. Aber das ist eine heikle Map hier, kann man übelst schnell draufgehen. Oh, lag. Shit, lag aufs Übelste. Los, you're gonna die, immer auf a curse. Los, alle auf einen. Los, 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 los. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Der hier hat schon eine Diamant. Schaufeln. Oh, 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 oh. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, weil die Deppen mich runterscheissen. Los, runter mit dir, runter mit dir. Sehr schön, sehr schön. Dann geben wir es denen noch ein wenig. Hier unten ist noch jemand. Oh ja, you're gonna die, motherfucker. Und weg ist der. Der hier, oh, 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 oh. Der hier, oh. Ich sollte aufpassen, nicht mich selbst zu töten. Und der, der hier groß spammt, ist schon, oh, 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 oh. Ist schon runtergefallen. Okay, wenigstens ein paar Spieler gekämpft. Oh, noch drei übrig, vierter Platz. Ja, 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 hättest du gerne, hä? Oh, verdammt. Hier muss man übelst aufpassen, nicht selbst zu feilen. Und runter zu fallen. Ja, genau, geht einfach beide auf mich. Ja, ja, ja. Genau so muss das sein. Ach, Gottchen. Hier aufpassen, dass die hier nicht sich verstecken tun. Ach, du Kacke. Okay, dritter Platz bin ich, schon mal. Los, jetzt spammen wir sie hier ein wenig. Auch wenn das nicht viel... Oh, shit, nein. Na toll, egal. Dritter Platz erreicht, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und gut. Tja, jetzt sind wir hier im Beobachtermodus und es sieht so aus, als wäre es fertig. Nein, noch nicht. Okay, schauen wir doch dem Battle hier noch ein wenig zu. Um die Folge etwas in die Länge zu strecken, weil ich einfach so schlecht bin. Und der war selbst zu schlecht und ist selbst runtergesprungen. Gratulation! Gratulation! Hier unser Spieler, wie heisst der denn? Der Randuski, 25, gratuliere. Du hast es geschafft, hier mit einer Diamantschaufel zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir gehen zurück zum Hub, zur Spielerlobby. Und schauen mal, 978 Tokens haben wir. Dann könnte man doch mal im Shop vorbeischauen und sehen, was die hier haben. Click to use Tokens. Was ist das hier? Credits. Okay. Mal schauen, was es hier gibt. Suicidal Sheep Perk. Gain a Passive Perk that has a change of spending. Suicidal Sheep that flees around for a few seconds. Oh. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ein Selbstmörderschaf, das man loslassen kann, das sich selbst in die Luft sprengt. Das ist im Prinzip ein Creeperschaf. Das kostet allerdings 6.000 Token, kann ich mir nie im Leben leisten. Hier, Rainbow Egg Upgrade. Upgrade your eggs to have a trail of rainbow swirls. This doesn't work if you have particles disabled. Okay, man kann die Eier updaten und das gibt einen Regenbogen, wie sagt man, Streifen, Schweif, wie auch immer. Was auch immer das bringen soll. Und natürlich die Diamantschaufel, die natürlich beautiful, shiny, pretty, 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 wondrous diamond one ist. Aber scheiße, ach, die gibt plus 4 Angriff schauen, das ist wahrscheinlich eine Portion heftiger. Wobei, die Blöcke gehen ja sofort kaputt, auch beim normalen. Na, wie auch immer. Dann gehen wir noch etwas raus und dann seht ihr, die Welt lädt hier ein wenig. Aber viel sieht man nicht. Hier gibt es noch eine Menge andere Minigames. Ich glaube, das ist Trouble in Mind, will auch sehr spannend. Das könnte man auch mal machen. Gut, auf Englischsprache in den Terminen ist das wegen meiner nicht so guten Englischkenntnisse etwas, ja, schwieriger. Aber, naja, man könnte es ja mal versuchen. Ich glaube, ich mache hier noch eine kurze Rundführung, dann ist die Runde nicht so kurz. Hier hätten wir noch das Spiel der Herobrine, auch herausfordernd und spannend. Vor allem für alle die, die die Herobrine-Sage kennen. Hier ist Deathrun, ich glaube, das ist so etwas wie, ähm, wie hieß das? Das war ja immer eine richtig lange Zeit im Trend, äh, ein, äh, Spiel, in dem man durch den Dschungel rennen musste. Aber ich kann das irgendwie nicht mehr in meinem Gedächtnis abrufen. Hier haben wir der Lab, ebenfalls ein Spiel, das ich noch nie probiert habe. Steht hier was? Achso, Coming Soon, na gut. Dann ist das wohl klar, warum ich das noch nie gezockt habe. Riesenbienen im Himmel, na cool, okay. Hier geht wohl alles auf Frühling zu. Was bei uns zumindest momentan noch nicht so aussieht. Hier ist Heiden Sieg, auch ein sehr cooler Spiel, das ich des Öfteren mal spielen werde, denke ich. Aber eher für Folgen ist, in dem man was ruhig ansprechen will. Es sei denn, man rennt so bekloppt weg wie ich und versteckt sich gar nicht. Hier sind natürlich die grossen Survival-Games. Auch richtig cool. Das Ding ist halt nur, dass das ziemlich laggy ist und es fängt hier schon wieder übelst an zu laggen. Bei mir merke ich gerade, ich hoffe, es ist noch einigermassen angenehm. Sonst laufe ich hier mal in diesem Modus, was genau nichts bringt. Egal. So ist es, glaube ich, ein wenig angenehmer. Zwar immer noch nicht überangenehm, aber ich hoffe, es geht für euch. Hier ist noch Block Party. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, ich sage mal gar nichts, weil ich behaupte wahrscheinlich sonst nur irgendeinen Quatsch. Aber das wird wahrscheinlich zukünftig auch machen. Komm, ich will hier ein paar Sachen noch ausprobieren. Hier natürlich Cowboys and Indians. Auch ein cooles Spiel. Und das haben wir hier noch. Wir sind gleich rum und es leckt nicht mehr so übel. Habe ich das Gefühl zumindest. Und hier ist noch SG... Hertz. Keine Ahnung, was es ist. Das will ich eigentlich mal anschauen gehen. Also kurz zum Ende der Runde. Kein Plan, was es hier ist. Ich muss mich eigentlich noch ein wenig erkunden. Aber die Minigames machen auf jeden Fall sau Spass. Hier hat jemand den Skin von German Let's Play, wenn es nicht German Let's Play selbst ist. Was natürlich der Burner wäre. Aber man weiss ja nie. Wobei YouTuber können sich sowieso eine Art tarnen auf dem Server. Oder zumindest alle anderen wegklicken. Zumindest ist das auf dem Gomi-Server so. Ich weiss nicht genau, wie das hier auf dem Hive-Server funktioniert. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Wird vielleicht zukünftig mal kommen. Ach, hier könnte man noch den Helden erstellen. Okay. Coming soon. Na, wir werden sehen. Dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch Spass gemacht. Habt ihr nicht zu viele Lacks. Und äh... Gerne Comments. Und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und so weiter. Und so fort. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Bye Leute.